GLX zeichnet als Logistikdienstleister besonders aus das Produktwissen unserer Mitarbeiter, das Prozesswissen, das wir sowohl mit dem Kunden als auch mit unseren Mitarbeitern ständig weiterentwickeln und eine hohe Flexibilität bei Änderungen im Tagesgeschäft. Unsere Kunden kommen mit einer ganzen Reihe von Forderungen auf uns zu, die es dann umzusetzen gilt in möglichst kürzester Zeit. Für mich persönlich ist der Ansporn, dass wir als GLX einen Mehrwert für unsere Kunden bieten. Neben dem operativen Geschäft setzen wir immer auf kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und der Prozessabläufe in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Kunden. Mit dem Software-Tool Tarakos können wir alle intralogistischen Prozesse und Materialströme visualisieren, animieren und simulieren. Innovationen werden von der Mannschaft sehr gut angenommen, weil es normalerweise auch damit einhergeht, dass die Arbeit für die Mitarbeiter leichter wird. Neben dem gesamten Leistungsprofil für unsere Bestandskunden führt die GLX bei Bedarf auch sogenannte Logistik-Health-Checks durch. Ziel dabei ist es, Probleme in der Organisation, speziell den Schnittstellen, der Prozesse oder der IT-Systeme ausfindig machen zu können. Ein guter Prozess für die GLX ist ein Prozess, der schlank ist, der effektiv ist, der Verschwendung vermeidet. Um unseren Kunden langfristig die besten Prozesse anbieten zu können, haben wir speziell das Augenmerk auf das Thema Lean-Management gelegt, um auch Vorschläge der Mitarbeiter zu bekommen, wie wir die Prozesse für unseren Kunden stetig und langfristig verbessern können. Auch bei sich verändernden Prozessen, verändernden Kundenanforderungen sind wir in der Lage, Prozesse schnell und flexibel neu zu gestalten und diese auch wieder proaktiv vorzuschlagen. Das Produktspektrum von Knorr Bremse ist sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie damit umgegangen werden muss beim physischen Handling, also beim Verpacken, beim Etikettieren, beim Versand später. Die Firma bietet alles, was zur Ausbildung gehört. Einlagern, auslagern, kommissionieren, entladen, beladen, nach Vorschriften zu verpacken. Das alles, was relevant ist, lernt man wirklich gut hier. Also hier wird man schon sehr gefördert. Wir wollen den Azubis ja die bestmögliche Ausbildung hier bieten und da ich ja weiß, wie es ist, kann ich mich da sehr gut reinversetzen und helfe jedem, egal was sie haben. Wir stellen für unsere Kunden Bremsanlagen her und montieren diese fachgerecht. Ventile bekommen vorgeschriebene Fittings, sprich Verschraubungen. Dabei achten wir auf Passgenauigkeit und Qualität. Wir haben in der Vormontage seit 2014 null Fehlerquote. Bremse und GLX arbeiten jetzt schon sehr viele Jahre zusammen. Und ein wesentlicher Treiber, warum GLX auch immer wieder ausgewählt wird, ist wirklich diese Flexibilität, diese Transparenz, dieser faire Umgang, die volle Integration, die der Dienstleister abliefert. Und das zuverlässig und auch mit proaktiven Beiträgen, was die Erhöhung der Zuverlässigkeit eben auch angeht. Alle Mitarbeiter bei GLX stellen sich jeden Tag die Frage, wie sie die Prozesse für unsere Kunden noch weiter verbessern können. auch bei GLX FLUCH. die Bearbeitung durch die pitcher, das zuverlässig und obendlich, auch bei starken Mark von GLX FLUCH.